Die Ursuppe kocht Der Geist weht, der Äther, Gottes Atem Zusammengekrümpter Raum, unendlich heiß und dicht In einem Punkt, das all eine Unbekannte Informationen, ungeheure Kräfte Geballt, um sich zu entladen, im Urknall Ausdehnung Quax, Gluronen, Protonen, Neutronen, Atomkerne Abkühlung Das dunkle Zeitalter Wasserstoff Licht Anziehung Ansammlung Nebel Gase Spiralenwirbel Sterne Galaxien Planeten mit Monden Und Unsere Erde Die Ursuppe brodelt Blitze Hitze Strahlen Die Ursuppe kocht Wasser Methan Ammoniak Moleküle Aminosäuren Proteine Einstülpungen Ausstülpungen Inneres Äusseres Austausch Zellen Stoffwechsel DNA Auswahl Das Leben Liebewesen Menschen Riechen, Schmecken, Hören, Sehen und Fühlen Mitteilen und Verstehen Denken Denken Lernen Erinnern Vergessen Planen Und sich Bewusst Sein Formen Farben Und Strukturen Kräusel Und Kringel Wellen Und Wogen Blasen Die Platzen Tupfer Und Patzen Glitzern Und Glänzen Dunkel Und Dumpf Leuchten Und Strahlen Zeichnen Und Malen Idu Ho Anthropos Ecce Homo Sieh da Der Mensch Quo Vadis Unge Die quasi Im Der Johannes